Liebe CDU-Fraktion, 30 Jahre CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Unsere Erfahrungen in der Polizei und ihre Mut als CDU-Fraktion in der Polizei, immer wieder Neues zu wagen, waren sehr erfolgreich. Ich erinnere mich beispielsweise an das unermüdliche Wirken eines Wolfgang Fiedlers, eines Eckhard Kölbels. Birke Dietzel und nicht zu vergessen Willibald Böck. Die Zuverlässigkeit und das Engagement für die innere Sicherheit machen die Zusammenarbeit schon seit 30 Jahren lang erfreulich und erfolgreich. Grund genug der CDU-Fraktion, heute für die Zusammenarbeit recht herzlich zu danken, sind es die menschlichen Kontakte, die das Vertrauen schaffen. Für die Zukunft wünscht die DEPOLG Thüringen der CDU-Fraktion weiterhin alles Gute. Was sie weiter an Erfolg führen, Mut, Weitsicht und Gesundheit. Aber auch Ihnen persönlich und Ihren Familien viel Glück und eine schöne Zeit. Einen gelungenen Festtag wünscht herzlichst die DEPOLG Thüringen. Die Grüße übermittelt der stellvertretende Landesvorsitzende der DEPOLG Thüringen, Dirk Weidenbach. Auch One von der Költen, Dirk Weidenbach. Also drehen Sie alle Damen und Herren. Also is das größte Heather Kölbel.